Willkommen bei Malida und zur Folge 5 von Dead by Daylight. Wir sind wieder auf dem Macmillan anwesend und zwar bei der Eisenhütte der Qual als Überlebende. Jetzt schauen wir erst einmal, wo ist der erste Generator, den wir backern können. Diesmal habe ich ein Item dabei und zwar den Verbandskasten. Okay, das heißt auf jeden Fall, der dieser Doktor ist als Killer unterwegs. Okay, hier haben wir den ersten Generator. Sofort den Herzschlag gehört, mal gucken. Er ist weg, okay. Okay, machen wir weiter. Die gefürchteten Skillchecks kommen jetzt gleich. Da bin ich immer irgendwie richtig angespannt. Ich weiß auch nicht. Okay, ja, der fängt ja schon gut an. Okay, jetzt bloß die Nerven behalten. Oh, er hat einen erwischt, er hat einen erwischt. Oh, shit. Ich mache einfach mal weiter, wenn er da zu Gang ist mit jemandem. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Er hat einen down. Er hat einen down. Und Generator ist fertig. Oh, hier passiert ja gerade alles Schlag auf Schlag. Nein. Nein. Er hat sie wieder, er hat sie wieder. Das heißt, er ist irgendwo dahinten. Ich kann hier erstmal weitermachen. Ich kann hier das Ding erstmal fertig machen. Jetzt hat er einen aufgehangen. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, verdammt. Shit. Okay. Los, komm schon, jetzt fertig machen. Jawohl. Jawohl. So. Oh. Der am Haken, der hat die Verbindung getrennt. Okay, wir hören den Herrschlag. Er ist hier. Er ist hier. Er scheint aber sofort auch wieder weg zu sein. So, wahrscheinlich war er nur kurz, gucken, beim Generator, den wir fertig gemacht haben. Okay, wo ist der nächste Generator? Der ist schon fertig. Okay, vielleicht doch wieder Richtung den, den wir gemacht haben und dann rechts weiter. So, sie schleppt immer schön brav den Verbandskasten mit. Ich hoffe einfach, dass wir den nicht brauchen. Weil das sicherste hier bei Dead by Daylight ist, dass der Killer erst, einen erst gar nicht sieht. Hier ist der Herrschlag wieder. Gehen wir einfach mal schnell hier rein. Okay, los. Wo ist der denn immer? Man hört immer nur ganz kurz den Herrschlag und dann ist der Herrschlag schon wieder weg. Okay. Wir können, glaube ich, raus. Und jetzt mal weiter gucken. Ah, hier ist ein Totem. Für die Punkte machen wir das jetzt mal. Okay, wobei ich finde das, ich finde das schon immer so eine Sache. Wie gesagt, mein Item ist ja jetzt der Verbandskasten. Nur wenn ich dieses Match nicht überlebe, ist der Verbandskasten auch weg. Aber genauso gut kann man ihn auch verbrauchen. Das heißt, wenn man den aufbraucht, dann ist er auch weg. Muss man sich immer im Blutnetz irgendwie ein neues Item holen. Oh, hier ist noch eins. Okay, die anderen beiden scheinen sich aber auch gut zu verstecken, weil er bekommt keinen. Oh, oh, wieder der Herrschlag. Wo ist er denn? Wir haben ihn bisher noch kein einziges Mal gesehen. Jetzt hat er einen erwischt. Und ein Generator ist fertig. Okay, das heißt nur noch zwei. Okay, legen wir mal hier los. Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Nein, ich bin auf jeden Fall gerade irgendwie ziemlich angespannt. Ich hoffe einfach, der ist Richtung Generator auch. Da verarzt sich gerade einer selber. Eine. Die hat den Killer mitgebracht. Die hat den Killer mitgebracht. Wo ist der Killer? Da. Jetzt haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Okay, der läuft in eine andere Richtung. Okay, dann können wir eigentlich hier am Generator loslegen. Und wo ist die jetzt hin? Hilft die uns jetzt? Am Generator ist die noch nicht. Das würden wir hören. Wo ist die denn jetzt hin? Auf jeden Fall hatte sie auch einen Verbandskasten. Sonst könnte sie sich nicht selber heilen. Okay. Fangen wir hier jetzt einfach an und hoffen mal, dass wir... ...dass wir die Skillchecks leise hinbekommen. Oh, sogar großartig. Jawohl. Das gibt auf jeden Fall Punkte. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall auch einen guten Überblick, würde ich sagen. Hier können wir weit... ...blicken. Allerdings sind wir auch ziemlich präsent hier auf dem Präsentierteller quasi. Okay. Bisher nur ein Skillcheck. Das heißt, wir bekommen bestimmt gleich noch welche. Aber schon ziemlich weit. Okay. Okay, 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 okay. Wann kommen die Skillchecks? Wann kommt der Skillcheck? Okay. Okay, schon fast... ...fast die gesamte Reparatur... Da! Da! Das heißt, nur noch einer. Nur noch einer. Und ich bin gerade am letzten dran. Ich bin gerade am letzten dran. Nein! Jetzt komm! Durchziehen! Durchziehen! Scheißegal, was passiert. Durchziehen jetzt. Er kommt. Er kommt. Wir müssen jetzt aber durchziehen. Zack. Oh, oh. Er ist hier. Er ist hier. Nein, nein, nein. Nicht kurz vor Schluss. Nicht kurz vor Schluss. Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Die sollen die Tore aufmachen. Verdammt. Oh, oh. Soll er erst mal lachen, Mann. Jawohl. Los, 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 los. Jetzt einfach nur irgendwie entkommen. Einfach nur irgendwie entkommen. Okay. Okay. Im Licht, aber ich hoffe, er findet mich nicht oder er läuft woanders lang. Der Herzschlag bleibt gleich. Ich glaube, der sucht hier. Der sucht hier. Okay, da ist das Tor. Oh mein Gott. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt? Da ist noch einer. Oh, oh, oh. Ach. Das sind ja nur die Wahnvorstellungen. Okay, ich glaube, das Tor ist auch schon auf. Habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Das Tor ist auf. Es sind ja schon zwei rausgekommen. Das heißt, jetzt gleich kann ich auf jeden Fall renne hier einfach los zum Ausgang. Und dann hat sich das. Okay, einfach los jetzt. Komm, einfach los jetzt. Komm, ja, ja, ja. Oh, er ist da. Jawohl. Okay. Das lief ja gut. War ja eine richtig gute Runde. Auch der letzte ist entkommen. Ja gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo oder einen Daumen freuen. Auch Kritik und Anregungen in die Kommentare bitte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, euer Malida. Ja gut. Ich weiß nicht.